Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Marco. Und ich bin der Micha. Ich hoffe, ihr seht uns. Ja, hier stehen einige Kartons. Das liegt daran, dass heute ein Online-Lagerverkauf bei uns gestartet ist. Und in den Stores. Ja, ein Online-Lagerverkauf, der auch die Stores betrifft. Die Stores, in denen die Artikel, die im Online-Lagerverkauf stark rabattiert sind, vorrätig haben. Denn wir haben hier geringe Bestände. Teilweise nur 20, 25 Stück. Teilweise vielleicht 200 oder so. Auf jeden Fall niedrige Bestände. Und das sind Artikel, die wir, weil du Platz im Lager brauchst. Ja, es macht halt keinen Sinn, irgendwelche Lagerplätze freizuhalten, weil da noch 20 liegen. Und von daher, das Artikel sind die, die wir nicht nachbestellen in den meisten Fällen. Genau. Jetzt raus damit. Raus damit. Da sind auch einige Bluebeck Specials dabei. Hier liegen auch einige Kartons. Und ich würde sagen, das sind natürlich nicht alle. Wir haben knapp 150 Artikel. Knapp 150 Artikel. Und über 100 davon haben Bestände in den Stores. Das kann aber auch heißen, dass, was weiß ich, der hier zwei Stück, zweimal in einem Store liegt. Also vielleicht einer in Sindelfingen, einer in Dortmund oder so. Vielleicht auch nicht. Da müsst ihr in den Stores gucken. Alle Sets, die hier rabattiert sind, sind in dem Aktionszeitraum auch in den Stores rabattiert, die dort vorrätig sind. Das kann auch durchaus sein, wenn in den Stores die zwei weg sind, dass da auch keiner mehr nachkommt, weil sie dann weg sind. Also von daher, in dem Fall eventuell schnell sein. Schnell sein. Und wer zuerst kommt, mal zuerst. Weil es sind ein paar tolle Sachen dabei, habe ich jetzt gesehen. Du hast das Listen zusammengestellt. Ich habe die Sets mal zusammengeholt, wo ich denke, das sollten wir euch mal zeigen, dass wir dabei sind. Wir gucken uns einfach mal ein paar an. Und bei manchen Artikeln war ich überrascht, dass du gesagt hast, machen wir Rabatt. Also muss ich jetzt ehrlich sagen. Also wenn ich das hier sehe, denke ich, okay, warum? Ja, das ist tatsächlich unsere alte, ehrwürdige V200-Lokomotive, die bereits seit 2019 oder so bei uns im Programm ist. Gibt es jetzt ganz neu eine 8-Wide-Variante, also eine 8-Noppen-Breite-Variante. Und, ich habe gleich schon gesehen, eine gigantische Display-Version davon. Aber dieses Modell geht tatsächlich bei uns aus dem Sortiment und mit 30% Rabatt. Also nicht mehr 35 Euro, sondern 24,74 Euro, solange der Vorrat reicht. Ja, das ist ein spannendes. Hier kann man, glaube ich, noch einen Wachtturm. Der gehört doch zu jedem Mittelalter-Ding, oder? Ja, der alte Wachtturm mit der Palisade, die ich gebaut habe, wo ich mit dem Designer auch zusammengearbeitet habe dran. Total cool, weil man die Palisade biegen kann, wie man will. Wir haben jetzt ja ein neues Palisadensystem, das kompatibel mit der neuen Vorburg von Burg Blaustein ist, wo es auch eine Palisaden-Erweiterung gibt. Es wird ein Tor geben, es ist kompatibel mit dem Wachhaus und so. Das heißt, unsere Palisade ist jetzt ein modulares System, das nicht direkt verbindbar ist mit diesem. Es ist aber trotzdem ein cooles Set. Und es geht jetzt raus, weil wir eine andere Version jetzt bringen. Es geht raus, aber auch da haben wir jetzt 30% Rabatt drauf. Auf ein Mittelalter-Set, ein Bluebrick Special, das ist schon cool. Kostet eigentlich 58 Euro und geht jetzt runter auf 40. 40,57 Euro. Lass uns mal einen Zahn zulegen, weil wir haben doch einiges. Also hier ist so ein Raumschiff-Ding da. Was ist denn das? Das ist das Main-Base-Maß. Jawohl, unsere alte Sci-Fi-Serie, nicht im Minifigo-Maßstab, kleinerer Maßstab, das man größere Gebäude darstellen kann. Und auch um 30% reduziert auf 41,97 Euro. Das sind eine Menge Teile für schmales Geld. Ja, und das sind noch mehr Teile für schmales Geld. 5.200 Teile? 5.200 Teile. Das ist so ein Riesen-Vieh. Das ist ein Riesen-Vieh. Also 5.200 Teile für knapp 126 Euro ist, das darf man nicht gleich mitzählen. Bietest du jetzt gerade eine Teilspende an, oder was? Ja, tatsächlich. Ich meine, es sieht schön aus, aber es sind auch jede Menge Teile in 10. Und schöne Dachelemente und jede Menge, jede Menge, das sind jede Menge Mauersteine. Du bietest jetzt also ungefähr 6 Kilo Wache an, hörst du? Das ist frech. Das ist ein schönes Set, aber bekommt auch viele Teile für's Geld. Das waren jetzt Beispiele für die Spatials. Wir haben natürlich auch viele andere Hersteller, wo wir ein bisschen was rabattiert haben. Bluebricks Pro. Ein Pro-Set, der steht. Ja. Das ist Ximbao for Bluebricks. Das ist ein Set, das das Ximbao im asiatischen Raum auch unter der eigenen Marke verkauft. Aber es ist für uns entworfen worden. Schloss Nymphenburg. Schickes Architekturset. Jetzt auch rabattiert. Das ist ja alles nett, aber ich habe noch viel tollere Sachen hier drüben. Ja, dann zeig doch mal. Ich habe durch, das sind schwere Dinge. Ein 1 zu 8er Pagani von Rasta mit Lizenz. Oh. Und ich glaube, der kann auch, gell? Der kann auch Dinge. Nein, der kann nur aussehen. Der kann sehr gut aussehen. Das ist ein statisches Modell. Du hast da einige Technikautos. Ja, warte. Die auch rabattiert sind. Und ach so, wir haben 30% Rabatt, 40% oder 50%. Bei dem Set hier sind beispielsweise 50% Rabatt drauf. Und das ist so ein Auto, das auch zur Seite fahren kann. Kannst du dich daran erinnern? Wir haben das Video gedreht, oder? Ich habe das Ding gebaut. Das ist ziemlich cool. Also das ist verrückt. Ich finde es jetzt nicht hübsch, aber zum Spielen war das ein sehr großer Spaß. Ferngesteuert, zum Fahren, zum speziellen Motor. Es ist toll. Und 50% auf dem Modellentikel. Das ist das Ding, was es in alle Richtungen lenkt. Ja, ja. Hier haben wir aber doch was Motorisiertes. Das Ding ist auch schwer. Und da ist alles dabei. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja. Ein Monster in 1 zu 8. Lass mich gerade mal gucken. Das ist von Moju. Ja. Silver Car. 40% Rabatt. Keine 180 mehr, sondern 108. Also wer so ein großes Technikmodell haben will mit Funktion. Und Motoren. Günstiger kommst du, glaube ich, nicht ran. Und das ist ein Gutes. Das ist ein Gutes. Das bist du. Du bist doch hier der Dino, Mann. Kann auch sein, dass ich den gebaut habe. Ich habe sehr viele von den Dinos gebaut. Ein Brontosaurus. Ganz viele tolle Curved Slopes. Oh, ich liebe ja diese Teile. Mittlerweile habe ich meine Dinos alle demontiert tatsächlich. Aber sie sind in meiner Teilesammlung und da freue ich mich sehr drüber. Komm, wir machen mal kurz. Auch der Dino ist. Mich machen wir mal kurz durch. Ich habe dann wieder so ein großes Fahrzeug. Ja. Was ist das eigentlich? Der kann alles und nichts. Er sieht cool aus. Ist Marke Others. Concept Car könnte es sein. Oder das... Welche Artikelnummer hat es denn? Den habe ich gar nicht so auf dem Schirm, den Apparat hier. Artikelnummer hat es auch. Okay. Ich schaue doch einfach mal rein, was... Das müsste bei 30 oder 40 Prozent Rabatt sein. Auf jeden Fall. So, jetzt haben wir einige stehen. Das will ich noch mal kurz zeigen, damit ihr seht, es gibt auch noch andere Fahrzeuge. Jede Menge Fahrzeuge. Hier bei mir noch. 30, 40, 50 Prozent. Schaut einfach mal rein. Es sind ja nur Beispiele. Die Durchschnittsrabatt liegt, glaube ich, bei 39 Prozent. Das heißt, wenn du alle Artikel nimmst. Das heißt, wir haben auch eine Menge 50 Prozent Artikel dabei. Hier haben wir zwei, wo ich denke, da werden wir ganz schnell leer sein. Ja. Zu dem Preis schon. Die hat er nie einmal gebaut vorher. Lang, lang ist es her. Lang, lang ist es her, ja. Ja, ja, ja. Das heißt, das sind zwei aus dieser Hafensee. Ja, mit 30 Prozent Rabattiert. Sehr schöne modellare Gebäude, die wunderbar zusammenpassen, nebeneinander stehen können. Ja, hier hinten, ne? Ja. Sehr schön. Ist, glaube ich, ein niederländischer Mock-Designer. Ich meine, er heißt Rob. Und der hat uns den Vertrieb dieser Sets auch ausdrücklich genehmigt. Darum steht er aber drauf. Hat auch aufgestanden, von Wege wer wie was. Ja. Also, ich würde doch sagen, Marco, jetzt nicht noch mehr hier hinten. Aber ich habe mal die Mittelalter-Sets. Hier sind noch zwei Mittelalter-Sets. Das habe ich gebaut. Das ist toll. Und wiederum tolle Teile. Wir überfordern doch unsere Zusehung. Nein, Mittelalter. Man kann nie genug Mittelalter-Sets haben. So ist es. Das Mock-Set hat sogar... Ne. Was? Doch. Was? 40 Prozent. 60 Euro dafür. Dafür 60 Euro. Wie viele Teile hat das? 2.000 Teile. Ei, ei, ei. Ja gut, dann ist es eben so. Also, schaut euch die Liste an. Findet ihr bei uns im Online-Shop. Gibt es einen eigenen Button links in der Navigation für bis zu 50 Prozent Rabatt auf knapp 150 Artikel. Aber ich fürchte, diese Artikelmenge wird stündlich kleiner. Weil, wie gesagt, Bestände sind klein. Alles, was vergriffen ist, ist vergriffen und kommt dann auch nicht mehr. So sieht es aus. Ja, Aktion geht ab heute bis zum 10. Oktober, 10. November. Das ist ein Sonntag. Und zwei Wochen danach geht die Blue Week los. Ja, aber vielleicht haben wir ja dann nichts mehr. Ja, dann ist alles fort. Ne, wir haben schon noch ein bisschen was für die Blue Week. Aber diese Sachen mit niedrigen Beständen, die sind dann wahrscheinlich alle weg. Ja. Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt es noch mehr und wir wünschen viel Spaß beim Bauen. So ist es. Macht's gut. Ciao. Ciao. Das habe ich gebaut. Ja, da erinnere ich mich dran. Ich glaube, alles, was hier am Tisch steht, haben wir irgendwie gebaut, oder? Ja, das kann schon sein. Aber das ist schön. Habe ich auch demontiert, aber tolle Teile. Jede Menge Mauersteine auch. Ist alles in meiner Teilesammlung und wird für neue Projekte verwendet. Du mit deinen Teilesammlungen und Projekten. Noch nichts hast du mal irgendwie rübergebracht, von wegen, guck mal, habe ich es gemacht, das ist ein Projekt. Ich höre immer nur Teilesammlungen und Projekte. Ich plane was ganz groß. Wenn ich es gebaut habe, dann bringe ich es auch mal mit. Oder wenn ich ein Teil davon gebaut habe, bringe ich es mal mit. Ich bin gespannt.